Das ist viel zu heiß draußen. Gehen Sie von der Tür weg! Danke! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich brauche eine Fahrkarte Oh, ich muss unbedingt noch Katzenfutter kaufen Ich mag die Stimme des Nachrichtensprechers, ich könnte ihm ewig zuhören Danke Eine Fahrkarte, bitte Danke Einfache Fahrt, bitte Leiste Haidt, Apple Farms Block Ich brauche das noch gleich, wo wir hier sind! Das war so richtig! Ja! 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 Das ist viel zu heiß draußen. Liste hide. Poppies rest. Ich habe gehört, der Schauspieler von Carlos braucht ein Stunt-Durbel, nachdem er sich bei dem ganzen Kuss ziehen den Kiefer veröffentlicht hat. Meine Katzen reden gerne miteinander. Glaube ich. Danke. Das gestrige Radiointerview ist Ted Kane. Eine Fahrkarte bitte. Hi. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Danke. 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 Hey, ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, hallo. Lista Hyde, Silver Park South. K K K K K Untertitelung des ZDF, 2020 Superpark South 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 Was? Achso. Hier. Ja klar. Kennst du die Theorie, dass sich kleine Katzenraten untereinander kreuzen können? Augenblick. Da. Hier. Bitte. Seit ich mein Auto verkauft habe und jeden Tag mit dem Bus fahre, entdecke ich plötzlich all diese wundervollen Orte. Listerhide, Silver Park East. Hey! Haben Sie ein Schlagloch? Suchgerät? Ein Tag. Dann habe ich endlich frei. Ich bin ein Schlagloch, aber ich bin ein Schlagloch, aber ich bin ein Schlagloch. Silver Park East. Hey, Alfonso. Ja, es sind meine Haken. Sie wachsen ständig. Ich brauche eine Haken. Ich bin ein Schlagloch. Ich bin ein Schlagloch. Ich bin ein Schlagloch. Das ist meine Hakenwoch. Es ist ein Schlagloch. Was ist das? Ich bin ein Schlagloch, mit cens internships und einem Schlagloch. Wonunde вже. Sch euros Gate Когда Chinesi wurde Here훈. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute.